Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 6, yeah! Und wie ihr sehen könnt, noch drei Endgegner. Aber ich denke, da werden wieder mehrere Parts draus, weil drei Endgegner in einem Part, da brauch ich schon ein bisschen Glück. Aber egal, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt kommt. Hab noch nicht reingeschaut. Tomahawk Man! Hm, wie ging der nochmal? Wie hab ich den gemacht? Äh, Vince Storm? Nein! Wie immer, das kennt ihr schon. Erstmal testen, mit welcher Waffe. Hoffentlich schneit sie. Nein. Silbertivier auch nicht so gut. Nein. Okay, was haben wir noch? Biotech. Der war unten drin, ne? Ja, genau. Biotech. Huh. Ja, ja, mal schauen. Auch nicht mehr so viel. No. F-Blast. Was hat er denn für eine Waffe? Von, oder, beziehungsweise, was habe ich von ihm bekommen? Ah, ja. Hier. Silbertivier genommen. Wenn es auch mal habe ich... Ich habe doch schon... Plant B? Yes! Okay, das mache ich nochmal neu. Plant B war es genauer. Ich wusste doch, dass ich mit irgendeinem Endgegner mit Plant Beam gemacht habe. Was ich ja vorher nicht wusste, wofür das gut ist. Aber es ist für Tom Hawkman die Luscher. Es ist ein bisschen unfair. Ich habe nur noch die Hälfte Energie. Ja, aber das wird machbar sein. Das wird machbar sein. Ohne E-Tank. Aber mit Save-States. Naja, eigentlich nicht mit Save-States. Nur... Ah, fuck. Nein. Jetzt spring... Jetzt ist er mir auf den Sack gegangen, weil er nicht gesprungen ist. Ich könnte ja hier drin ein Save-State machen, aber ich weiß nicht. Lieber nicht. Oh, der hat zwei Attacken, stimmt. Hä? Warum springt er nicht? Oh nein, fuck! Scheiße, es ist leer und ich gehe kaputt. Shit, 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 shit. Ein kleines Stück hat gefehlt. Ah, das wird hart. Komm, Tom Hawkman. Oh, das war dumm. Das war dumm. Das wird nix. Ich bin aber gut dabei, ey. Ich darf nur nicht so oft getroffen werden. Ja. Schieß. Ah, Mist. Okay, machen wir das gleiche. Nein! Nein, das war dumm. Okay. Yes! Wunderbar. Sehr schön. Okay, immer noch die Hefte Energie, weil ich immer einsammle. Okay, wer ist der Nächste? Ohne alles... Ich glaube, alles ohne E-Tank. Das ist eine Leistung, würde ich sagen. Wer kommt jetzt? Ich bin auf jeden Fall besser geworden. Oh, der war ganz am Anfang. Ach, das war der, wo es so rumgesprungen ist, genau. Winstorm. Hm, war das was? Ich muss kurz gucken. Ja. Okay. Leicht. Mit Winstorm mache ich ihn fertig. Boah, das geht ja schneller, als ich gedacht habe. Ah, ich weiß nicht, ob die Energie reicht. Ich muss gucken. Nein. Okay. Der macht Faxen an der Wand. Boah, ich weiß, hier bin ich immer dagegen gesprungen. Boah, ich bin echt besser geworden. Ja, gut. Trotzdem noch nicht Weltklasse, aber ich bin besser. Und ich werde ja auch noch andere Mega-Ment-Spiele spielen und ich denke, da werde ich nicht so große Probleme haben. Okay. Yes! Yes! Meine Fresse! Leicht. Okay, der Nächste. Wie komme ich da hoch? Äh. Das war Flame Man. Und jetzt der Letzte. Wer kommt jetzt? Okay. Und ich habe fast volle Energie. Oh, Blizzard Man! Die habe ich als erstes gemacht. Okay, erstmal gucken. Nein. Äh. Winstorm vielleicht? Ja, Winstorm habe ich ja gerade. Nein. Oh, das muss doch mit F-Plus gehen. Yes. Das habe ich noch gesagt. Äh. Ich mache es neu. Das war ja nur kurz die Testphase. Okay. F-Class. Das ist klar, dass F-Plus geht bei Schnee. Feuer und Wasser oder Schnee. Oh, der Scheiße. Jetzt muss ich kurz dran gewöhnen, wie da nochmal so drauf ist. Okay. Der war so machbar. Da rutschen. Nein. Ah, fuck. Okay. Jetzt guckt er. Rutschen und schießen. Ah, das ist ein bisschen dumm. Yes. Geil. Drei in Gegnern, fünf Minuten. Jetzt? Ist das oben neu? Drei, vier. Ja. Es geht weiter. Ich denke, jetzt kommt Dr. Wily. Yes. Den mache ich jetzt auch noch und da schneide ich dann mehrere Parts. Ich denke, da brauche ich ein bisschen länger. Okay. Alles klar. Auf zu Dr. Wily. Wenn das kommt. Oder noch eine Stage. Ähm. Bitte nicht noch mehrere Wege. Noch einen. Ja, das wusste ich. Okay, das mache ich jetzt. Alles klar. Das wäre toll. Vielleicht ich pack... Oh, fuck. Das wusste ich natürlich nicht. Oh, ich lange nicht mehr zu Stages gespielt. Och, nein. Okay. Ah, was? Fuck, fuck. Okay. Ja. Oh, dummer Helm, Junge. Oh, man muss auch treffen. Ja, noch ein bisschen. Ah, das wird dumm. Okay. Hier kann ich ja jetzt wieder selbst jetzt machen. Oh, der kommt ja schon. Okay. Was haben wir hier? Ein Leben? Noch was? Komm. Ah, okay. Okay, dann kommt jetzt schon Dr. Wily. Beziehungsweise... Nein, ich würde sagen, der kommt dann im nächsten Part. Yo. Okay, ich schau mal. Ich schau mal. Dr. Wily. Äh... Boah, nein. Wie mache ich dich? Ich habe genügend. Äh, Dingsbums. Du kannst ja nicht so schwer sein, aber... Er wird nervig. Er wird extrem nervig. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir an Waffen? In Storm, Night Sea. Habe ich nicht viel. Boah. Okay, was haben wir noch? Ich mache mal einen Save-State. Ich habe ein bisschen abgezogen. Nein. Bier-Tag. Boah, leck das. Night Sea war okay. Night Sea war ganz gut. Gut, äh... Silver-T. Boah, Silver-T ist go, gell. Aber habe ich wieder nicht viel. Ich benutze mal einen Yee-Tank. Und... Ich höre mal normal. Fuck. Yes. Nummer... Nummer eins. Jetzt... Ist er noch mal da. Der Bastard. Okay. Was für Waffen habe ich denn noch? Hier benutze ich jetzt alle meine ganze Yee-Tank. Ah, das wird dumm. Nein. Warum? Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Oh, das wird dumm. Ich muss gar nicht springen, glaube ich. Du bist eigentlich gar nicht so schwer. Ich mache mal ein Save-State und ich benutze weiter Ice-Bear. Okay. Windstorm. Windstorm. Boah, du bist echt gar nicht so lästig, wie ich gedacht habe. Aber ich benutze trotzdem nochmal ein Yee-Tank. Aber vorher ein Selbstwert, vielleicht packe ich auch ohne. Ähm... Windstorm. Nummer zwei von... Nochmal. Ja, äh... Ich höre mal F-Blast. Was? Okay. Fuck. Ja, klar. Ist klar. Okay. Okay, Junge, 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 Junge. Das da wird hart. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Biotech ist doch ganz gut, oder? Hab ich nicht. Na toll. Na toll. Vielleicht bringt der Ziel. Vielleicht probier mal. Nein. Boah, Ice-Bear. Oh, das wird hart. Ich komm doch ganz... Ah, mit dem Chat. Oh, ich hab hier noch den Chat. Ich hab hier den Chat. Ich hab grad Save-Step geladen. Chat, Chat. Ich hoffe, der kommt nur drei Male. Okay. Ja, mit dem Chat ist das gut. Ja, komm direkt, wo ich bin. Ist klar. Okay. Okay. Nein. Boah, du bist echt dumm. Okay. Ja, ja, du bist zu machen. Also, wenn du das jetzt warst, wenn nicht mehr kommt von dir, dann bin ich echt enttäuscht. Gut. Hallo. Oh, fuck. Ich hab falsch gehört. So. Äh, ja. Aber da kommt bestimmt noch. Das kann es nicht gewesen sein. Oh, ich hasse das. Toll, zweimal. Oh, jetzt. Nein, noch mal. Nein. So. Okay. Oh, was soll ich da machen? Okay. Ja, ist klar. Oh, das hasse ich. Aber mir finger tut schon weh von dem ständischen Fliegen drücken. Okay. Ich hab vor mir. Da. Bis zum nächsten Mal.